Ah, ich hab's! Ich hab eine Idee! Palver! Aus Flage! Ich bin der Häuptling aller Wikinger-Häuptlinge. Naja, kämpfen können sie ja, aber sie sind immer so unvorsichtig. Ja, hier, oh, hey, oh, hey. Das ist der schreckliche Sven, nicht wahr? Ja, Vicky. Und er hat diesen Namen nicht umsonst, der Herr Lunke. Schlimme Seehäuber, schlimmer als wir. Dann durfte ich tatsächlich mit aufs Wikinger-Schiff und mit meinem Vater und den starken Männern auf große Fahrt gehen. Auf geht's, Männer! Ja, Vicky! Untertitelung des ZDF für funk, 2017